Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich möchte heute gern mit euch fünf leckere, vegan-rohköstliche Rezepte mit Löwenzahnblüten und Löwenzahnblättern kreieren. Und zwar ein leckeres Eis, einen Smoothie, einen Salat, eine köstliche Avocado-Creme und einen Löwenzahnblütenhonig. Dafür werde ich jetzt erstmal leckere Blüten und Blätter sammeln gehen. Wer von euch noch nähere Informationen zu dem Löwenzahn braucht, der kann sich gern mein Video anschauen aus der Reihe Wildkräuter unserer Natur, der Löwenzahn. Ich werde mich jetzt gleich in eine normale Hausfrau verwandeln und wir sehen uns gleich bei mir in der Küche. Hallihallo, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt schön von draußen mitgebracht einen Strauß schöner Löwenzahnblätter, möglichst nicht zu große. Und eine Schüssel voll Löwenzahnblüten. Als allererstes werde ich jetzt bei den Löwenzahnblüten die gelben Blütenblätter von den Knospen entfernen, weil für meine Rezepte verwende ich nur die gelben Blütenblätter, weil die sind nicht so bitter. So, das mache ich jetzt als allererstes bei der ganzen Schüssel, die Blütenblätter entfernen. So, jetzt habe ich alle Blütenblätter von den Knospen entfernt. Jetzt komme ich zum nächsten Schritt und ich werde anfangen mit dem Löwenzahnblüteneis. Ich werde jetzt hier mit meinem Mixer, ich benutze den Vitamix, werde ich jetzt eine Mischung für Eis herstellen und daraus werde ich dann auch gleich noch einen Smoothie machen. Zuerst nehme ich, ich nehme immer das, was gerade da ist, natürlich alles Bio. Für die heutige Mischung werde ich einen leckeren Apfel nehmen, der kommt hier in den Mixer. Dann eine super reife Banane. Zwei leckere getrocknete Feigen. Und ein wenig Vanillepulver. Mh, lecker mit Vanille. Da schütte ich jetzt ein wenig frisches Quellwasser dran. So, und das gehe ich jetzt erstmal mixen. So, jetzt habe ich das alles schön gemixt. Die Apfel, Banane und Feige. Das mische ich jetzt hier mal in so einen Becher. Ein wenig. So, und hier kommen jetzt die gelben Löwenzahnblüten dran. Weil das sieht dann schön aus, wenn das Eis gemischt ist und man die Löwenzahnblüten dann noch sieht. Das Auge isst ja auch mit. Hier mische ich jetzt mal ein paar Löwenzahnblüten rein. So, und jetzt habe ich dann diese tollen Eisdinger. Und da fülle ich das dann rein. Ich mache das Eis für meine Kinder immer selber, weil dann weiß man wenigstens, was drin ist. So, und jetzt kommen hier einfach die Verschlüsse oben drauf. Und das kommt dann in den Tiefkühlschrank. So, ich habe ja gestern schon eins gemacht. Und das sieht dann nämlich so aus. Da hat man dann das leckere Eis und man sieht dann die leckeren Blüten. Und das gebe ich jetzt meinem Töchterchen, weil das freut sich darüber. So, und mit dem Rest von dem Eis mache ich dann meinen leckeren Smoothie. Also hier habe ich immer noch die Mischung mit Apfel, Banane und Feige. Und jetzt nehme ich hier ein paar von den Löwenzahnblättern dazu. Und ein paar Blüten. Und das gehe ich jetzt wieder mixen, weil das wird mein leckerer Smoothie. Meine Vorspeise. Da ist er, mein leckerer Smoothie. Den werde ich jetzt erst mal genießen. Köstlich. So, und für mein nächstes Rezept werde ich einen leckeren Salat machen. Dafür habe ich leckeren Fenchel. Und heute gab es lecker duftende Tomaten. Alles Bio. Ich mag es immer sehr einfach. Drum reichen mir zwei Dinge, die ich zusammen mische. Und heute gibt es Fenchel und Tomatensalat. Das werde ich jetzt erst mal vorbereiten. Und dort kommen dann die leckeren Löwenzahnblätter rein. Die werde ich auch schon mal klein schneiden. Mh, so sieht das dann aus. Ich habe hier leckeren Fenchel klein geschnitten. Und die Tomaten. Und jetzt kommt hier noch der leckere Löwenzahn drauf. Noch ein wenig verschönern. Oh, das sieht doch gut aus. Heute werde ich mir noch ein spezielles Dressing machen. Und zwar eine Avocado-Creme. Da werde ich natürlich eine Avocado nehmen. Den Saft einer ganzen Orange. Und ein wenig Salzsohle. Daraus werde ich jetzt eine Avocado-Creme mixen. Das mache ich auch in meinen Vitamix. Ich quetsche erst die Orange aus. Mache dann die Avocado rein. Fülle den Orangensaft rein. Und mache etwa einen Teelöffel von dieser Salzsohle dran. Und das mixe ich jetzt. Tada! Da ist sie, meine leckere Avocado-Creme. Ich habe jetzt noch ein paar leckere Tomaten drauf gemacht. Und jetzt kommt natürlich, um das Ganze noch zu verschönern, leckere Löwenzahnblüten. Oh, das sieht köstlich aus. Mh, und das esse ich dann zu meinem Salat dazu. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Rezept, was ich gern mit euch teilen möchte. Ich liebe es übrigens, Rezepte zu kreieren. Weil dann kommt man so sehr in seine Kreativität rein. Mit diesen tollen Löwenzahnblüten kann man eigentlich sämtliche Gerichte dekorieren. Weil es sieht einfach schön aus. So schön gelb, ne? Und das Letzte, was ich heute mit euch teilen möchte, ist Löwenzahnhonig. Und zwar rohköstlicher Löwenzahnhonig. Es ist zwar so, dass nicht jeder rohköstler Honig konsumiert, aber ich liebe schon Honig. Und für mein Rezept nehme ich jetzt hier mal diesen Vielblütenhonig von Alnatura. Wahrscheinlich gibt es auch noch viel bessere Honige. Ein leeres Glas. Und dort fülle ich jetzt mal in unser Latenstück dort fülle ich jetzt diese leckeren Blüten rein. So. Und jetzt mache ich einfach was von diesem Honig da drauf. Und den lässt man dann einfach ein paar Wochen stehen. Und so nach drei Wochen oder so ist der dann richtig flüssig geworden. Vielleicht ist es sogar auch besser, gleich richtig flüssigen Honig zu nehmen. Und verrührt das ein wenig. So gut es geht. Ich zeige euch mal. Ich habe hier schon vor ein paar Tagen welchen angefangen. Hier, der wird jetzt langsam schon flüssig. Da sieht man die Blüten drin. Und der Honig. Und es wird jetzt schon richtig flüssig. Ja, ich habe das selbst noch nicht ausprobiert. Dieses Rezept habe ich von einer sehr guten Freundin von mir bekommen. Und ich dachte mir, das probiere ich einfach mal aus. Weil es ist ja bald so weit, dass diese Blüten schon wieder verblüht sind. Und da sind gerade so viele leckere Pollen dran. Und das ist super, weil dann hat man diese Löwenzahnpollen dann auch noch im Honig drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann sehr lecker und noch viel gesünder ist. Mmmh. So, diese tollen Dinge habe ich jetzt aus Löwenzahnblüten und Löwenzahnblättern kreiert für euch. Hier dieses leckere Eis. Mmmh. Lecker für Kinder und für Erwachsene. Diesen leckeren Smoothie. Der ist jetzt richtig dick geworden. Wahrscheinlich durch die Feigen. Kann man natürlich auch ein bisschen dünner machen. Oder einfach löffeln. Diesen leckeren Salat. Mmmh. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Zusammen mit dieser leckeren Avocado-Creme als Dressing. Und diesen tollen Löwenzahn-Honig. Den werde ich jetzt ein paar Wochen stehen lassen, bis der richtig flüssig ist. So, ihr Lieben. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüssi. Und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Windkräuterfee.